hallo zusammen auf diesem kanal geht es um innovation und basistechnik ideen rund um offroad fahrzeuge insbesondere offroad sprinter und wenn euch nicht nur das folgende thema interessiert dann solltet ihr diesen kanal abonnieren der cloud transporter hinter mir hat eine lithium-ion batterie kapazität von 1000 ampere stunden wenn euch interessiert wie das ganze aufgebaut ist warum das ganze dann kommt doch einfach mal mit rein der cloud transporter ist gasfrei aber auch bei seiner normalen arbeit der cloud transporter wird benutzt um kleine und große datenmengen aus gebieten zu transportieren wo die leitungskapazitäten kleiner sind als die datenmengen die man in die cloud transferieren möchte und dafür hat er eine ganze menge an server kapazitäten eingebaut die eine ganze menge strom benötigen aber auch im normalen betrieb es gibt hier das induktionskochfeld eine elektrische fußbodenheizung all diese komponenten benötigen ebenfalls energie ein 5 meter 90 sprinter hat auch nur begrenzt solarpanel fläche oben auf dem dach und da ist es sehr schön wenn man eine speicherkapazität hat damit dann wenn eben die solar energie da ist oder welche energie auch immer man die speicher voll machen kann und nicht die energie einfach verloren geht weil man sie eben nicht speichern kann ganz allgemein hat der cloud transporter eben einmal die solarpanel auf dem dach das sind 300 watt peak dann gibt es einen back booster der von der lichtmaschine quasi die akkus laden kann mit 500 watt und dann gibt es den strom von außen mit dem die batterien geladen werden können 1000 ampere stunden das entspricht etwas über 13 kilowattstunden ist eine kapazität die deutlich platz benötigt aber ich habe dann natürlich nach den akkus gesucht die die höchste energiedichte haben also den geringsten platzbedarf benötigen und das ergebnis ist hier unter der sitzbank verbaut die sitzbank ist in drei fächer unterteilt ganz links in der teil ist reiner stauraum ganz rechts hier sind die akkus untergebracht und in der mitte befindet sich elektrik und elektronik ich kann das mal zeigen also hier sind die 1000 ampere stunden akku kapazität in form von vier winsten 1000 ampere stunden akkus hier links sieht man noch teile vom batterie management system und damit ist jetzt quasi dieser raum auch maximal ausgenutzt tatsächlich habe ich die sitzbank so gebaut dass sie genau um die akkus herum passen eine besondere herausforderung hatte ich hier noch bei der elektrik weil ich muss ja irgendwie dafür sorgen dass ich stromkabel und andere netzwerkkabel glasfaserkabel von außen bis hier in das elektrik fach hinein bekomme und der standard weg nämlich einfach außen eine nicht wasserdichte klappe zu machen scheidet für mich eigentlich dadurch aus der wagen hat nicht so eine hohe watt tiefe und höher gelegte entlüftung und sonst was alles damit ich das alles zunichte mache und an der seite eine direkte zu für für wasser sorge und das ganze habe ich hier dadurch gelöst dass nicht eine klappe an die seite geht sondern ein rohr im boden drin ist dieses rohr das ist eigentlich ein ganz normales abwasserrohr ist jetzt quasi unten im boden abgedichtet und über dieses rohr kann ich jetzt von innen nach außen diverse kabel legen wir zum beispiel das stromkabel und trotzdem kann der wagen im wasser stehen und es gelangt kein wasser ins innere es müsste quasi dass das rohr was aus dem boden heraus steht müsste soweit schon mit wasser gefüllt sein dass dann schon längst von außen durch türen und sonst wo wasser ins innere gelangen würde und dann wäre es da auch nicht mehr weiter tragisch ich zeige euch jetzt mal wie dieses elektrik und elektronik fach aussieht achtung da ist jetzt noch baustelle das ist nämlich noch lange nicht fertig deswegen liegen einige kabel einfach so in der gegend herum und sieht erst mal sehr chaotisch aus aber eine andere idee wird hier an der stelle auch noch deutlich nämlich ich habe jetzt nicht einfach die ganzen komponenten nur an einer seite installiert sondern nutze wirklich alle flächen in diesem fach um die ganzen komponenten unterzubringen und das zeige ich euch jetzt einfach mal hier so wenn man jetzt hier einfach mal die komponenten durchgeht ist hier zunächst einmal der inverter von viktron das ist ein 3 kilowatt inverter das heißt der sorgt dafür dass aus den zwölf volt der batterien die 230 volt für alle arten von normalen eben 230 volt geräten betrieben werden können auf der anderen seite ist es auch in derjenige der aus diverse oder der aus 230 volt landstrom dann die akkus laden kann hier neben ist einer der sicherungskasten wo sich dann eben die sicherung fi schalter und so weiter befinden unten drunter ist der solar lade regler das heißt das ist derjenige der dafür sorgt dass aus den solarspannungen die akkus geladen werden das ist ein mptt regler das heißt also einer der besonders effektiv aus den jeweils zur verfügung stehenden solarkapazitäten ein maximum an ladeleistung für die batterien macht hier drüben folgt dann das batterie management system auch die zentrale abschaltung ist hier hier unten befindet sich der back booster das ist also derjenige der aus dem der dem strom von der lichtmaschine die akkus lädt das sind 50 watt also 500 watt kapazität zirka hier drüben habe ich etwas wo ich durchaus einen besonderen augenmerk drauf legen würde nämlich das ist eine kopplung zwischen der aufbau batterie und der fahrzeugbatterie wenn also einmal die fahrzeugbatterie leer sein sollte und ich in den motor nicht mehr starten kann ist alles was ich machen muss hier an der stelle den schalter umlegen es ist eine verbindung geschaffen zwischen der den akkukapazitäten hier und der fahrzeugbatterie und jetzt kann ich ganz normal die das fahrzeug starten und muss jetzt nicht irgendwie nach draußen mir von einem anderen fahrzeug strom geben lassen nur weil die fahrzeugbatterie eben leer ist so hier ist der zugang für 230 volt von außen und hier drüben ist noch ein viktron octo das ist ein gerät mit dem die verschiedenen viktron geräte ausgelesen werden können wo ich dann informationen über den ladezustand und so weiter abrufen kann das ist dann also eher eine elektronische komponente die dann für den bord rechner da ist um eben quasi die einzelnen komponenten auslesen zu können hier sieht man da auch von von hier oben quasi das loch wo ich ein kabel durch dieses abwasserrohr nach außen führen kann ja das war es dann eigentlich auch schon was ich euch in sachen elektrik hier einfach mal vorstellen wollte ich hoffe es war interessant für euch und vielleicht ist ja die ein oder andere anregung für euren ausbau dabei wenn es euch gefallen hat freut es mich und ich freue mich insbesondere werden wir uns bald wiedersehen macht's gut bis dahin ja 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 ja